Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute unterwegs auf der sechsten Etappe des Saarland-Rundwanderwegs. Die Etappe startet in Briten und endet in Waldholzbach. Diese Tour hat etwa 19 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Wanderung so ist, dann bleibt dran. Guten Morgen, grüßt euch. Guten Morgen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. Zähne Sollte Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Noch etwa 2 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Auto in Waldhölzbach. Die Tour hat uns relativ gut gefallen, vor allem wegen den Teilabschnitten des Saarhundsrücksteiges bzw. den einzelnen Traumschleifen. Da waren viele Pfade dabei und das hat uns richtig gut gefallen. Daumen hoch dafür. Wenn euch diese Wanderung bzw. diese Etappe auch gefallen hat, würden wir uns über Kommentare sowie über einen Daumen hoch sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Alle machen es gut. Ciao, ciao und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Noch etwa 2 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Auto in Waldhölzbach. Die Tour hat uns relativ gut gefallen. Vor allem mit noch etwa 2 Kilometern, dann sind wir aber auch.